Musik Herzlich Willkommen zu den Buchgesprächen. Die Geschichte einer Seele gehört zu den am meisten gelesenen und übersetzten geistlichen Büchern des Christentums. Thérèse von Lisieux hat darin nicht nur wichtige Ereignisse aus ihrer Lebensgeschichte festgehalten, sondern auch ihre Gedanken über die Gnaden, die der liebe Gott ihr gewähren wollte, so sagt sie es selbst. Ein Experte für das Leben und die autobiografischen Schriften dieser Heiligen ist der Münchner Pastoraltheologe Prof. Dr. Andreas Wollbold. Er hat nun die Geschichte einer Seele neu übersetzt und sie einem weiten Leserkreis erschlossen. Vom Erstleser bis zum Thérèse-Liebhaber, vom Blätterer bis hin zum akribischen Wissenschaftler. Über das Werk und die Besonderheiten seiner Neuübersetzung möchte ich mich nun mit dem Übersetzer und Herausgeber unterhalten. Herzlich Willkommen, Prof. Wollbold. Nun gibt es ja schon eine gängige Übersetzung von Thérèse' autobiografischen Schriften. Warum wollten Sie eine neue Übersetzung anfertigen? Die gängige Übersetzung ist gut. Ich habe sie selber immer gerne in die Hand genommen, aber sie ist jetzt schon über 70 Jahre alt und hat so ein bisschen, wenn man das sagen darf, Staub angesetzt. Wir reden heute anders als in den 50er Jahren. Und deshalb sollte eben Thérèse eigentlich in unserer heutigen Sprache die Menschen sehr unmittelbar ansprechen können. Das habe ich versucht. Sie schreiben in Ihrem Vorwort, Ich glaube, viele Seiten sind Perlenglanz bei dieser Geschichte einer Seele. Am meisten fasziniert mich, wie der normale Stoff des Lebens, Familie, Liebe, Trennung, Krankheit, Tod, verbunden ist mit einer großen Liebe zu Gott, einem großen Vertrauen in seine Führung, die alles in der Hand hat. Das macht die Heiligkeit so geradezu alltäglich nachahmbar und faszinierend. Sie haben sich mit Thérèse, mit Ihrer Person, sehr intensiv beschäftigt. Was schätzen Sie an Thérèse besonders? Eigentlich alles. Ich entdecke immer wieder neue Dinge. Insgesamt ist es, dass sie das ganze geistige Leben, auch die schwierigen Seiten, Opfer, Prüfungen, in einer so sympathischen Seite herüberbringt, dass ich dann selber denke, Mensch, das geht, das funktioniert, das kannst du auch versuchen. Thérèse wird öfters als naives, frommes Mädchen angesehen. Warum halten Sie diese Sichtweise für falsch? Nein, das ist ein Zerrbild, das liebe kleine Mädchen, so fast, möchte man sagen, dumm, aber fromm. Nein, sie war äußerst gescheit, sie war blitzgescheit, sie hat sich ihre eigenen Gedanken übers Leben gemacht, sie konnte formulieren, sie konnte auch kritisch nachfragen. Das sind Züge, die wir heute im Thérèse-Bild sehr viel deutlicher hervortreten lassen. Und gerade das ist auch nachahmenswert. Frömmigkeit schließt Denken und schließt auch Geschick im Denken alles andere als aus. Welche Rolle spielt die Barmherzigkeit Gottes in der Geschichte einer Seele? Das ist das Leitmotiv. Sie stellt ihre ganze Lebensgeschichte unter das Motto, ich will die Barmherzigkeit Gottes besingen. Also wenn ich auf mich selber schaue, schaue ich nicht auf mich, sondern auf Gott, der mich barmherzig, wunderbar, lebend und zärtlich geführt hat und auch weiterführen wird. Thérèse von Lisieux ist jetzt keine große Schriftstellerin wie ihre Namenspatronin, die heilige Thérèse von Avila. Sie wurde eigens beauftragt, von ihrer Oberin über ihr Leben zu schreiben, von mehreren Oberen. Warum erhielt sie den Auftrag, über ihr Leben zu schreiben? Ja, vielleicht darf ich Sie ein wenig korrigieren. Ich halte Sie für eine große Schriftstellerin, die wunderbar erzählen kann, die auch ihre Worte sehr genau wählt. Auch das ist etwas, was wir in der jüngsten Forschung sehr deutlich herausgestellt haben. Aber natürlich, sie hat einfach aus Gehorsam geschrieben. Als Karmelitin war sie nicht zum Bücherschreiben auf der Welt, sondern zum Beten, zum Opfern, zum Leben in der Gemeinschaft. Aber man hat gesehen, das Leben neigt sich zu Ende. Die Tuberkulosekrankheit war deutlich erkennbar und man wollte so etwas wie ein geistliches Vermächtnis, weil man gesehen hat, sie hat nicht nur uns etwas zu sagen, sondern der ganzen Welt. Ihre Neuübersetzung richtet sich an Freunde von Therese und an jene, die es werden wollen, aber auch an Wissenschaftler. Inwiefern bedient Ihre Neuübersetzung auch wissenschaftliche Ansprüche? Ich habe versucht, bei der Übersetzung auch viele Kommentare, Fußnoten einzubringen aus der gewaltigen, vor allem französischsprachigen Forschungsliteratur. Wir wissen heute, fast möchte ich sagen, über jede Stunde ihres Lebens Bescheid. Und das soll eben auch den interessierten Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden, etwa Kirchengeschichtlern, anderen Theologen, aber selbst auch Profangeschichtlern, Frauengeschichtlern. Also ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, das eben durch die Kommentare auch erschlossen werden kann. Jeder Übersetzer stellt sich die Frage, welche Sprachebene die angemessen ist für den Text. Welche Sprachebene haben Sie gewählt?